Da ist noch einer mit dem Schild unterwegs. Ja, ich komm. Vielleicht da. Jetzt bist du schon wieder auf vorderster Front. Das ist der erste Schritt mit mir. Und links sind auch noch welche. Boah, was ist denn da? Was ist denn hier? Shit. Shit. Ich hab irgendwo einen Skillpunkt. Ach, gibt's doch nicht. Werden den jetzt getötet? Ich? Ach. Ich hab hier mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Lauf bei mir ein. Und diese Crimson Raiders sind in 0, nix tot. Ähm. So, ich bräuchte ein bisschen Gesundheit. Geld nämlich aber auch. Ah, Gesundheit. Ich bin voll Gesundheit. Ich hab gefunden. Da wollte ich gerade runter. Was mit dem anderen Typ hier oben passiert. So, ich will hier rein. Geht nicht auf. Oder? Ich hab dagegen gehauen. Ah, die Granate gefällt mir nicht. So. Das geht auch gleich so weiter. Ich glaub doch nicht, dass die hier Pause machen. Das denk ich mir auch mal. Ja. 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 Einer weniger. Schon wieder so in einem so blöden Schild. Oben auf der Treppe, nehm den. Ich fliege gerade. Aber ich krieg den hier. Ich muss mal weg. Das ist schon wieder keine Munition. Ich krieg's ja nicht. Ach dann. Ich hab mich jetzt schon wieder erwischt. Gibt's doch nicht. Oh, keine Munition. Hä? Auf die Beine mit dir, Soldat! Nein, das muss er noch gehen. Das muss er noch gehen. Das muss er noch gehen. Gibt's dir noch gut? Ja, ist alles gut. Was ein Update-Tab. Boah, hast du mich eben erschreckt. Oh nein. Jetzt kommt er wieder. Ich muss er noch gehen. Wir machen das genug. Oh nein. Wir haben doch Locke in den Zeilen. Wir holen Sie auf. Wann wenn ich einen Geister� deuten für mich bin? Wann ich wäre jetzt bereit, oder? Ich bin fertig. Mach sie kurz. Du bist wie sie. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ah, schon wieder keine Munition. Ich kämpfe mein Leben, ich brauche Munition. Ah, scheiße. Wieder wir leben, na, bist tot. Oh, mein Leben zu retten wird immer billiger. Wo bist du, wo bist du? Ich fliege ohne. Was? Oh, ich hab den hier, bin wieder da. Ah. Geht's einigermaßen? Du bist der beste Amigo. Hä? Ich hatte dich doch... Flucht hier. Bist du? Irgendwo hab ich doch jetzt... I-I-I-I-I見. Ja. Ich habe mich, ich schaff auf den Weg. Wenn du jemanden, skalst du mir? Ich fange dir. Ich fange dir. Ich wenn dich nicht zu sein. Ich fange dir. Ich fange dir zu sein. Nein, du warst noch nie mehr mein Liebling. Danke, Sergeant. Ich brauche Punixion. Oh, ha. Kriegst du den? Ja. Okay. Oh, es geht noch weiter, scheiße. Boah. Mad Mike ist hinter uns. Ich mache jetzt mal diesen. Den kriege ich nicht mehr. Ah, du bist weg, scheiße. Ja, ich kriege auch einen. Keine Muni, scheiße. Ja, ich komme zu dir. Nein. Oh, sie sind wieder tot. Sie sind wachhergefallen. Oh, ich denke nach der Session, hören wir auf für heute. Ja, dann ist Schluss. Langsam lässt die Konzentration auch arg nach. Ist nichts mehr für uns alte Leute. Ne. Alter, was brenne ich denn jetzt? Ach, scheiße, wo bist du denn? So, in die Richtung, wo bist du denn? Ah, du bist oben wieder, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass ich es rechtzeitig schaffe. Oh, Mann. Oh, ich habe ihn noch gekriegt. So, wer... Oh, das ist ja immer noch der Dicke. Oh, scheiße, ich habe nur noch sechs Dinger. Nex. Ach, das gibt's doch nicht. So, nimm du das. Ne, das ist Anna. Oder kriege ich das auch? Oh, scheiße. Oh, ich warte. Äh, da kann ich nichts geben. Ne, ist egal. Ja, genau. Hört auf vorzuschlagen, dass wir Waffen von diesem Penna Marcus kaufen. Er nennt sich Patriory. Also ist er genauso ein hinterhältiges, selbstgefälliges Arschloch wie Roland und seine Raiders. Also unsere KI ist netter. Ja. Hier sind Medikids. Verdammt, Hyperion. Ich habe nicht die Hälfte meiner Männer verloren. Oh, kleine Pause, bitte. Oh, ich biege. Oh, scheiße. Boah, ich habe doch nicht einen Klappen gekriegt. Oh, ich bin dein Leben. Nex. Da muss ich ihn holen. Den kriege ich nämlich. Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Und jetzt weg, 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 renn, 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 renn. Scheiße! Weg, 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 weg. Einfach nur weg. Ich habe immer noch einen Skillpunkt. Oh, ich höre es nur knallen, nur knallen. Wo bist denn du gelandet? Ja, ich war auf einmal dahin. Jawoll. Ja, aber ich sehe dich nicht. Ja, aber ich fliege. Alter. Bist wieder lebend, ne? Ja. Ja. Scheiße. Och. Jetzt auch nicht mehr. Ich komme irgendwie net hoch. Ah, du lebst wieder. Das ist leer, die Mompe. Auch leer. Ach, das gibt's doch wieder net. So, ich brauche einen von den Kleinen. Lauf mal den Weg rein. Warte mal, ich gebe mir gerade einen Skillpunkt. Hast du auch noch? Ne. Magazin Größe, 20%. Ja, komm. Nochmal. Du hast ja nicht verloren. Ach. Du hast ja nicht verloren. Ach. Du hast ja nicht verloren. Ach. Du hast ja nicht geschafft. Du hast ja nicht verloren. Ach. Du hast ja nicht verloren. Ach. Ach. Das auch nicht.